Wie ihr hier seht, sind hier fünf Punkte auf der Map. Den ersten haben wir quasi bereinigt. Vier weitere folgen. Das bedeutet auch, dass ich es hinbekommen habe, den DLC zu installieren. Weil ursprünglich waren es nur vier Kapitel und DLC war der fünfte Kapitel. Gratis-DLC, keine Sorge. Aber trotzdem. Ich hätte vielleicht vor dem Part... Ich trinke mal eben schnell was. ...Upgrades oder neue Waffen. Ist beides nicht in diesem Fall das gleiche. Ich habe keine Upgrades gesehen. Sorry für den Umweg, aber nach unseren Infos sind hier kaum Helgars Sicherheitskräfte. Der Eingang zum Industriegebiet ist da vorne. Du kannst dich bis zu den Docks durchschlagen. Rico wird dich dort treffen, indem du die Aufmerksamkeit der Helgars vom Hafen ablängst. Machst du es unseren Truppen dort leichter. Beeil dich. ...Hm. Okay. ...Hm. Okay. ...Hm. Okay. ...Hm. Okay. Oh shit. Das habe ich nicht gesehen. Tricky. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Sorry für den Umweg, aber nach unseren Infos sind hier kaum Helgars Sicherheitskräfte. Der Eingang zum Industriegebiet ist da vorne. Du kannst dich bis zu den Docks durchschlagen. Rico wird dich dort treffen, indem du die Aufmerksamkeit der Helgars vom Hafen ablängst. Machst du es unseren Truppen dort leichter. Beeil dich. Auch! ...Dir Eingang zum Industriegebiet ist da vorne. Du kannst dich bis zu den Docks durchschlagen. Rico wird dich dort treffen. Indem du die Aufmerksamkeit der Helga'st vom Hafen ablenkst, machst du es unseren Truppen dort leichter. Beeil dich. Ey. Komm, wenn du dich traust, Begfader. Das ist so behindert. Sorry, es ist ein blöder Start. Sorry für den Umweg, aber nach unseren Infos sind hier kaum Helga'st Sicherheitskräfte. Der Eingang zum Industriegebiet ist da vorne. Du kannst dich bis zu den Docks durchschlagen. Rico wird dich dort treffen. Indem du die Aufmerksamkeit der Helga'st vom Hafen ablenkst, machst du es unseren Truppen dort leichter. Beeil dich. Nee. Komm, wenn du dich traust, Begfader. Komm ich denn da durch? Komm, wenn du dich traust, вам sofort nachdenkst. Äh? Komm, wenn du dich traust, die beiden sind die Minen, man. Großes, kleines Medikit. Munition habe ich genug. Das hier kann ich entschärfen. Alter. Alter. Gott, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, wie präzise dieses Ding ist. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Was ist das? Wie soll ich denn da durchkommen? 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 Und... Ich darf hier auch nicht in die Minen reinrollen. Super gefährlich, ey. Wenn ich nicht bei voller HP bin, ist... Ich bin direkt schon... Ich bin direkt schon am Arsch. Könntet ihr mir vielleicht auch sagen, was ich machen soll? Da muss ich irgendwie hin. Hier müsste es C4 geben. Überprüfe das Versorgungsgebiet. Ja da, aber wie komm ich da rein? Jasper? Der Stallung gelaufen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Macht Spaß, ist nicht so leicht. So, obere Etage. Nein, nein, nein! Los, 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 los! Gott! Habe ich es jetzt? Oder wie? Habe ich es denn aktiviert? Ja, oder? Nein, nein, nein! Jetzt muss ich mich hier einfach durchballern. Ey, sorry fürs Wusten. Irgendwie ist das heute so. Ein bisschen stärker als sonst. Ein bisschen stärker als sonst. Dann werden wir das auch erledigt. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Oh shit. Oh shit. Ich bin der Beginn der Maganschreie. Er darf nicht zum Aufzug kommen! Gott, ey. 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 Gott, ey.